so meine lieben in dieser wunderschönen anlage mit indoor pool mit mega pool bereich haben wir eine große wohnung garderobe top modern top modern jetzt zeige ich euch erstmal die aussicht top modern der preis ist hier listenpreis 130.000 und vor ort müssen wir halt dann über den preis noch reden riesenbalkon schaut euch mal die balkon an ein riesenbalkon und steckdose haben wir da da wäre der wasseranschluss da muss noch ein wasserhahn her und dann muss das zugespachtelt werden klimaanlagen sind dabei das ist diese top anlage sogar mit kino was ich euch gerade gezeigt habe ich schaut einfach das video vor oder danach an dann sieht ihr das ganze wie ich da alles filme und hier sehen wir gerade mal die wohnung ihr seht schon balkon riesengroß das ist die aussicht nach hinten voll im grünen das ist die kuppel vom hamam und jetzt schauen wir uns mal die wohnung an hier haben wir die küche eine riesenküche moment entschuldigung normal eine normale küche das ist normale grüße riesenküche wäre was anders und wo ist platz für die waschmaschine das ist spülmaschine das könnte waschmaschine platz sein weil schauen wir mal wenn wir zwei anschlüsse hier haben ja wir haben hier zwei anschlüsse zweimal wasser und zweimal abfluss also ist das hier für den waschmaschine das wäre das mondzimmer klimaanlagen dabei wie gesagt und hier haben wir anschluss für internet und satellitenschüssel also hier wäre dann der fernseher hier das sofa und hier wäre die küche und jetzt schauen wir uns die anderen zwei wir haben zwei bäder in dieser luxusanlage hier haben wir ein kleines schlafzimmer mit dieser aussicht ihr seht schon topmodell das ganze aber man sollte schon vorhänge hin machen lassen damit man nicht die sonne hier unmittelbar bekommt die sonne kommt sie hier rein ja früh am morgen ca. bis 11 uhr kommt hier in dieses zimmer die sonne rein danach nicht mehr also direkte strahlung meine ich 1 2 3 also wir haben vier zimmer und hier haben wir nochmal ein bad das ist das bad von diesem schlafzimmer also das größere schlafzimmer wieder mit klimaanlage und die aussicht nochmal ein großer balkon wieder mit wasseranschluss aber ohne steckdosenanschluss aber ohne steckdosenanschluss das wäre die aussicht hier wollen sie einen weg noch machen aber das ist noch nicht so sicher seht ihr wie das saubere wasser da entlang fließt das fließt direkt ins meer hier unten also es riecht hier nach zedernholz es muss hier irgendwo top wirklich top die duplex da oben die kosten etwas mehr also diese wohnung diese vierzimmer wohnung kostet 130 und ich habe hier auch top luxus duplex wohnungen mega luxus duplex wohnungen für 230.000 hier wäre das hauptbad also wir haben zwei bäder ok so viel von mir das ist ja mit deckendusche himmels dusche und hier nochmal ein zimmer mit dieser aussicht also wer eine top moderne vierzimmerwohnung haben möchte mit riesen poolanlage mit nahe und in kesteln nahe zum strand ca 7 minuten 10 minuten zu fuß der soll sich bei mir melden also das ist eine top wohnung leute eine top wohnung ok also meldet euch wir haben hier wirklich auch viel platz für alles mögliche das wäre perfekt für also mir gefällt sie das wäre perfekt um hier mal so durchzustarten ein zimmer arbeitszimmer ein großes schlafzimmer da mit eigenem bad und noch das wohnzimmer dazu perfekt ok leute soviel von mir liebe grüße auch ok leute ja ja Oh, oh, oh.